Du sagst, wenn du startest. Du kannst starten, was du fühlst, was deine Reise ist. In deinem Spruch. Na? Okay. Hallo, ich bin Giuliano. Ich bin hier nach Antalya gekommen, um eine Szene machen zu lassen. Hier bei Smile Antalya. Ich habe mich super wohl gefühlt. Sehr cooles Team. Und ich bin super zufrieden. Und ich gehe jetzt nach Hause mit einem schönen Lächeln. Und ich bin super zufrieden. Danke vielmals. Danke. Was für die Schmerzen? Es war schwer, aber jetzt ist es okay.